Hallo, auch von meiner Seite, mein Name ist Julius Roos von der Initiativgruppe mit Veranstaltungen wie Verwarnbach. Wir setzen uns um zu entschieden, ein gegen das Arbeits- und Ausbildungsverbot, gegen den Arbeits- und Ausbildungsverbot hier, Afghanistan und alle anderen, die abgeliehen werden. Die Situation ist für viele so, dass sie mitten aus dem Arbeitsplatz gemischt werden, wo sie sich selber ihren Unterhalt verdienen und zur Unzähligkeit gezwungen werden. Für die Jugendlichen, die in vielen Bildungsmaßnahmen, zum Beispiel auch bei der Schlau-Schule, aber auch bei uns sind, ist die Situation unerfühlig geworden, machen diese Witzenschulabschluss lernen neu. Und es ist schwierig, in dem Moment innerhalb von zwei Jahren die Sprache zu lernen und einen Schulabschluss zu machen. Es ist eine große Herausforderung, für die sie alles bieten. Und dann stehen sie da, haben einen Ausbildungsplatz, wo sie sich nicht abheben, weil sie abgeschoben werden sollen. Es ist so, dass bisher die Abschiebung nach Afghanistan vor allem abschrecken soll. Es ist röslich, aber auch für alle, die hier bleiben. Es ist eine absolute Einfachheit, dass wir in Angst, in Unzähligkeit und in Verzweiflung. Die Selbstmordraten sind sechsmal höher als bisher bei den Mitgliedern, die Selbstmordversüge eben heißt. Es ist vollkommen menschenunmöglich und das in Deutschland, in dem die Menschenrechte gelten, in dem ein Asylgesetz, in dem das Grundrecht auch unsere Verfassung, auch der Menschenrechte, in der Zürich, was glücklich ist, ist vollkommen erschütternd und für uns alle unverständlich. Wir freuen uns, dass so viele Menschen gekommen sind, um dieses Entfetzen zu treiben. Sie sind am Hause, jeden Dienstag, bis Ende Juni, hier auf dem Lachdinkplatz oder Ammonerungsplatz. Man hat uns die Zahl verweisen, dass da waren unterschiedliche Orten zu betreiben. Wir haben die Liste erhalten, jetzt wie wir sind. Wir freuen uns, dass wir mit uns hier dabei sind und auf Ihren Netzwerken, hier im Feld und hier mit dem Widerstand laufen. Es darf keine Abschließungen an die Dichsitzungen geben.